Einen wunderschönen guten Tag an alles den Ersten und den Ersten daraus und Willkommen mir endlich mal wieder bei einem regulären Video hier auf dem Kanal von Movie Check. Ich hätte es ja gar nicht mehr geglaubt, dass das funktioniert. Aber doch, es hat funktioniert. Vor drei Monaten hatte ich mir bei Case King und bei Amazon zwei Tools bestellt, um meinen Kanal, wie oft schonmals angekündigt, zu optimieren. Ein Tool seht ihr direkt vor der Kamera, das ist mein kleines Ansteckmikrofon. Viele von euch hatten ja gefordert, hey Benne, optimiere doch mal ein bisschen deinen Sound. Das ist noch so ein Manko und ja, habe ich gemacht. Nur aufgrund der Corona-Pandemie und den dadurch auch in den Lieferketten entstehenden Engpässen musste ich tatsächlich jetzt drei Monate auf dieses Mikrofon warten. Echt heftig. Gleichzeitig habe ich aber auch noch hinter der Kamera was verändert. Früher war es so, ich habe meine Kamera angeschmissen, den Content auf die SSD gebrannt und dann die SD-Karte, nicht SSD-Karte, in den PC, in den Kartenleser gesteckt und dann alles rüber gespielt, dann noch zugewiesen in meine Ordnerstrukturen, die den Livestream gesehen haben, wissen, was ich meine. Total langweilig und öde, für mich ziemlich geil, weil Struktur, na egal. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine Möglichkeit, diesen ganzen Kleideradatsch zu überbrücken, indem ich nämlich den ganzen Content direkt auf meine Festplatte brenne sozusagen, auf meine Festplatte schreibe und dann nur noch in die entsprechenden Ordnerstrukturen, auf der SSD-Platte quasi dann schieben muss. Das ist easygoing dann und er spart mir persönlich viel, viel Zeit. Und das ist ziemlich, ziemlich nice. Aber auch da musste ich ziemlich lange drauf warten, bis ich dieses nette Gimmick bekommen habe. Jetzt ist es endlich da. Jetzt kann es losgehen. Und deswegen ist dieses Video als Infovideo auch das erste Video, was ich mit dieser neuen Form der Technik nun auch tatsächlich umsetze, um zu gucken, hey, funzt das denn auch so, wie ich mir das vorstelle. Und bis zum jetzigen Zeitpunkt scheint das zumindest zu funktionieren, denn das Ding nimmt auf. Und das ist gut. Ja, was ist sonst noch in den letzten Monaten passiert? Ich hatte Livestreams, das habt ihr sicherlich mitbekommen, diejenigen, die zumindest den Kanal hier regelmäßig verfolgen. Aber auch die sind eingeschlafen. Wieso, weshalb, warum? Nun, einerseits, weil Corona uns im Krankenhaus nochmal so ein bisschen getroffen hat und ich mehr arbeiten musste als noch vor Februar und Januar. Da war es ja auch schon viel. Aber dann ist das so richtig nochmal krass geworden. Und gleichzeitig hat unsere kurze, inzwischen acht Monate alt, mit dem Krabbeln angefangen, fängt an zu brabbeln, fängt an zu zahnen. Denn dementsprechend ohnehin schlaflose Nächte werden jetzt noch schlafloser. Und dementsprechend war ich einfach zugeschafft, um mich dann auch hier oben wirklich hinzusetzen und mit Freude Videos zu machen oder auch mit Freude und mit, ja, auch ausreichender Konzentration live zu gehen. Und das ist jetzt alles nicht weg und hinfällig. Es ist immer noch der Status Quo. Aber jetzt bin ich total entspannt, weil ich weiß, okay, ich muss jetzt diesen ganzen Kleideradatsch mit der Kamera nicht noch immer machen, sondern ich kann die Kamera jetzt einfach da fest montiert lassen, wo sie jetzt gerade steht und kann einfach drauf losreden und im Zweifelsfall einfach nochmal alles von vorne machen, ohne dass ich die SSD-Karte, die ja irgendwann voll ist, die SD-Karte, nicht SSD, meine Güte, die SD-Karte, die irgendwann voll ist, wieder zu löschen. Und das ist so anstrengend. Das raubt einem manchmal dann auch in so einer Situation dann auch die Motivation und die Lust. Und das ist jetzt alles hinfällig. Ich habe eine Terabyte-Platte, an die die Kamera angeschlossen ist. Das ist Funz zum Glück. Also ich kann so oft nochmal Retakes machen, wie ich möchte. Ich muss einfach mich hier nicht mehr bewegen, sondern kann jetzt stundenlang hier sitzen bleiben und am Ende kommt hoffentlich ein gutes Video dabei raus. Im besten Fall. Gut, das war auf jeden Fall der Punkt, den ich besprechen wollte. Der nächste Punkt, den ich mit euch kurz anschneiden wollte, bevor ich jetzt auch gleich wieder nach unten gehe, ist der, dass auf jeden Fall in den kommenden Tagen Videos produziert werden, die dann auf jeden Fall auch den Weg zu euch finden werden. Und ich freue mich, das endlich wieder ankündigen zu dürfen, dass es Trailer-Reactions geben wird, dass es Filmkritiken geben wird, denn Filme habe ich tatsächlich, das habe ich mir nicht nehmen lassen, die habe ich auch noch hundemüde geschaut. Ashfall beispielsweise, ein Film, den ich jetzt noch kürzlich gesehen habe und viele, viele andere. Und ich freue mich auf jeden Fall, mit euch über diese Filme zu sprechen. Auch Livestreams wird es natürlich auch in Zukunft geben, wie ich das allerdings zeitlich time, sodass es mit der kurzen passt. Die muss schlafen abends und das ist momentan so in den letzten sieben bis zehn Tagen das Problem. Die schläft einfach nicht, weil sie zahnt. Wir improvisieren da jetzt gerade und probieren jetzt auch die ein oder andere Sachen aus. Ich halte persönlich nichts von Homöopathie. Bisher haben die Globuli auch nicht geholfen. Wir schmeißen die einfach rein. Hilft ja sowieso nichts über den Placebo-Effekt zumindest jedenfalls nicht hinaus. Aber ist ja auch egal. Solange es ihr schmeckt und ihr nicht wehtut, probieren wir es natürlich aus. Aber ich gehe jetzt auch wieder auf die klassische Schulmedizin und bin gespannt, inwieweit die vielleicht einen Effekt über den Placebo-Effekt hinaus haben dürfte. Na gut, das auf jeden Fall noch als klarer Seitenhieb an alle, die Homöopathie so geil finden und dafür elendig viel Geld hinblättern. Ich habe jetzt zum Glück nicht so viel hinblättern müssen, aber es ist zumindest ein Versuch wert gewesen. Und dieser Versuch ist, naja, gescheitert. Jetzt versuche ich es mit der klassischen Schulmedizin wieder. Liegt mir sowieso persönlich mehr. Nun gut, das auf jeden Fall an dieser Stelle, um euch zu zeigen, hey, der Kanal von Benne, Movie Check ist noch da, ist noch am Start, ist auch noch, ja, lebendig. Und das Versprechen von meiner Seite an euch, es wird auch lebendig hier in Zukunft wieder weiter zugehen. Das auf jeden Fall. Da freue ich mich ganz schön drauf und ich hoffe, ihr euch auch. Das war es jetzt an dieser Stelle von mir und ich freue mich, endlich wieder mit einem Satz enden zu können. den ich wirklich bei jedem meiner Videos und auch in den Livestreams immer mit vollster Überzeugung ausgesprochen habe. Nicht vergessen, Freunde der Nacht, Filme sind einfach geil. Musik Musik Musik